und Niederlage. Oh man, also ich wünsche mir schon jetzt ein Shuffle irgendwie. Oder Twos oder Threes, das wäre wie wir vertreten. Geiler gerade. Ticker 60. Rein in den Bruch. Oh mein Gott. Okay, Fokus, Fokus, Fokus. Wir müssen jetzt, Digga, der Auftakt muss immer ein 6-0 sein. Okay, das spielen wir hier. Wir spielen den hier. Bam. Ja, das lassen wir alles so. Perfekt, perfekt. Ist nur ein Arms Worry, der kann nix. Ah, das ist ein Decay, ne? Der wird das breaken. Der wird da so ekelhaft rein breaken in die Traps. Ne, wir spielen auf Risiko. Wir spielen einfach so, als würde der Decay wissen, was er tut und meine Traps nicht brechen. Ich will auf den Silent Shot nicht verzichten, ehrlich gesagt. Go War, okay. Machen wir. Oh, erstes Shuffle. Und ein Silent Shot noch hinterher. Das an. Wall. Wall. Kannst du warten. Self hier. Trap. Oh, der hat Schwierigkeiten, uns zu healen, Alter. Warum? die weinen favor oder das ist slow hier deshalb war ich weiß ja gar kein avatars vielleicht bad decision ist dann er bringt es wahrscheinlich tut er nicht hier mich es geht in die jetzt gleich und to root block silence ok der ist vier perfekter vier sehr sehr guter vier krank schweb drauf nein patsch trinket kick explosiv nice well played erste runde gesichert sehr gut ja das kriegen wir hin das kriegen wir hin ich würde die kreis sagen frosty kreis ok 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 jetzt was will der schmeiß da meine trap ein das war fun ok der beamt da rein stoppt den vier trap gemisst schön so wir warten jetzt auf aber da läuft fast ein dings rein hat sagt hier den dh hat hier das haben jetzt meine güte silence hier trap ok der ist in form jetzt ist gut purge hier die hielt muss ich ein bisschen zurückhalten habe ich sehr gut das dann ist dann selber in der trap explosiv explosiv ran chargen big damn big damn oh life swap dann gesaved routed in dk hier bring den priest mal ein bisschen weiter weg stun ihn hier auf dr disarmed warrior silence den priest trap komm damage big pump kischert 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 krieg ich noch einen kick kick sehr schön zweite runde win puh das ist wichtig die drei müssen wir auf jeden fall holen also das okay guck mal wir haben nix zum disarm Spür Bandage gegen den DK. Das bringt jetzt nicht so viel, aber ich habe jetzt keine bessere Alternative. Diamond Trap, wir haben jetzt eigentlich nichts, was die ja hat oder irgendwie sowas. Oder Braked müsste eigentlich passen. Oh, der holt mich gleich raus hier. Headsec, muss hier raus. Wieso nicht die Age eigentlich? Ah, da wird die Art. Warten, bis der raus ist. Dann kriege ich den Silence into Trap. Silence jetzt. Trap. Ja, jetzt habe ich keinen Knockback, die mir saven sollen für Darkness. Gehen wir hier wieder raus aus dem Gefahrenbereich. Ich chill mal ein bisschen beim Heiler, weil vielleicht kriege ich... Ja, sehr gut. Trap nochmal drauf. Die Ars dann nochmal. Gut, die Rep war ein bisschen zu früh, aber Win is Win. Holen wir uns. Nice. Gut gespielt, gut gespielt. Drei Wins, Leute. Wir sind schon mal halfway through. Wir müssen diese Season natürlich mit einem geisteskranken Auftakt beginnen. So, wir spielen wieder Arms Worry. Das heißt, wir gehen rein in Disarm. Ich glaube, die werden jetzt auf mich gehen. Ich glaube, die haben den Braten gerochen. Ich warte noch auf den D-Edge. Du musst den mal bitte hitten. Nee, Digga, bleibt bloß nicht hier drin, Alter. Was ist los mit euch? Okay, sehr gut. Swap mehr jetzt. Ich gebe mir schon mal Petsack. Disarm Avatar. Ich habe keinen Petsack für den Bray. Ich chill jetzt mal ein bisschen. Okay, Darkness ist gut. Holen den da raus. Kick den. DH jetzt. DH ist, glaube ich, Target of Choice. Silence jetzt auf den Priest. Okay, der ist in seiner komischen Form. Ein bisschen Warrior. Und DH. Trap. Gebraked. Und ich kick den nächsten. Slow. Bisschen Warrior. Okay, jetzt fliegt der auch hoch. Das Arm hier. Route to DH. Ich glaube, ja, okay, er hat Blurr. Wieder Warrior. Petsack mich selbst. Hau hier ab. Slow Shot. Ah, er hat natürlich jetzt mein... Oh. Silence. Also die Rap ist, äh, die war sch... Doof. Sagen wir doof, okay? Kick. Kill Shot. Pet. Okay, sehr gut. Feared the way. Na, wie läuft's? Also... Bei mir läuft auf jeden Fall das erste Shuffle besser als bei Bangstar. Ach, ja, ja. Vier von vier bis jetzt. Ich bin amazed. So, hitte den DH ASAP, bitte. Yo, sehr gut, perfekt. Machen wir hier so ein bisschen Slow Damage. Hm. Hm. Perzäck mich. So, ich muss hier jetzt mal ein bisschen... Abstand zwischen mich und die Brees bringen. Totstellen. Silence nochmal auf dem vier. Okay, wir haben Sacrifice. Wir gehen hier erstmal... Ich muss hier erstmal weg. Das Gute ist, wenn die auf mir... ... mir sticken, kann ich die eigentlich hinkiten... ...wohin ich das will, weißt du? Trap. Wall. Totstellen. Okay, da kommt der Lifestop. Perch hier. Divine Favor. Scatter den. To Root. Sehr... Oh, was? Ein Kick, habt ihr das gesehen? Stun. Perch. Trap. Bubble. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich habe zwar jetzt nicht mehr so viele Cooldowns. Headsec. Lockback. Silence hier. Divine Favor. Perch. Silence. Totstellen nochmal. Trap. Killshot. Komm schon, den D-Kirchen kriegen wir. Den kriegen wir. Kriegen wir. Kriegen wir. Kriegen wir. Jo, sehr gut. Well played. Well played. Moin, Giko. Was geht? Was geht? Bist du auch schon fleißig am Grinden? GG, ja. 555, Leute. Wir müssen hier in perfekten Auftakt gehen. So, Last Game. Ich habe kein Dissarm geskalt. So läuft das nämlich. Ich doof bin. Das müssen wir jetzt halt einfach trotzdem überlegen. Ich root die hier mal. Die, den Eingang. Die haben Schiss. Die haben Schiss. Oh, das ist nicht gut. Silence hier. Ich muss hier rauskommen. Das ist nicht gut. So, jetzt können wir da mal rein scheppern. Da passiert noch nicht so viel. So, und jetzt kommt mal raus hier, Alter. Sehr gut. Perch Freedom. Und Speed is on. Gehe jetzt hier mal auf den D-K. Weil, äh, Sacrifice. Mein DH hat einen Petsack. Oh, er caged. Nein. Stun. Trap nochmal. Die A. Ich denke, das darf der auf keinen Fall machen. Trinket das. Stun. So, okay. Wir gehen jetzt rein. Ich wall das. Ich wollte ein bisschen drinstehen, damit ich kicken kann. Sobald er den Cast anmacht, Alter. Silence jetzt. Perch Divine Favor. Explosive. Trap. Ah, meine Explosive braked. Knockback. Kann ich nicht. Sobald er castet. Instant Kick, okay. Nach dem 4. Kann ich nicht. Scheiße. Komm, kicken wir das. Okay. Der kam ein bisschen zu früh. Trap. Oh, Digga, war noch die A, Mann. Scheiße. Divine Favor hole ich. Die A ist dann. Oh, nein. Ich komme nicht ran. Ich will jetzt hier so ein bisschen bei dem Chillen eigentlich. Digga, der ist immun. All Sacrifice kam noch rechtzeitig. Perch hier. Melee Bubble. Haben wir. Petsack myself. Silence noch mal. Also, das sieht gut aus. Das sieht gut aus für uns. Und da ist es. Leute, da ist es. Erstes Solo-Shuffle. The War Within. 576 Rating. Boots. 6-0. Das wird ein Clip. Das wird ein Clip. Ich sag euch das. Das wird ein Clip. 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 Vielen Dank.